So, da sind wir wieder hier bei Let's Play Try to Evolution together mit mir, dem Zocki und dem Eiföhn. Ja, kürzi. Krürzi miteinander. Es geht weiter. Mit Hatta-Hala-Lupa-Physics. Genau, erstmal chillig hier weitermachen, ne? Oh yeah, sagt der so, ne? Oh yeah. Leute, ich höre mich saulauert im Echo. Hast du irgendwie lauter gemacht, oder? Was für Echo, Alter? Ja, ich höre mich echoern da, und? Alter, was geht denn? So besser. Hallo, hallo, ja. Okay, ja, die sind halt, die Bauform ist leider nicht geschlossen, sondern offen. Ist auch besser, weil sonst werden die Ohren so heiß. Sennheiser ist halt geil. Sennheiser, verstehst du? Die Ohren werden heiß. Sennheiser. Genau. Sennheiser hat zwar gute Dings. Gute Kopfhörer und so, die sind richtig bequem. Aber nur die teureren, die billigen sind alle scheiße, von Sennheiser. Ja, das stimmt. Aber dafür hat Sennheiser nicht die beste Mikrofonqualität. Die ist eher mittelmäßig. Das ist wohl wahr. Mit Nachbearbeitung ist es ganz gut, finde ich. Aber sonst, ja, ist eher mittelmäßig. Ist halt bei Hetzt es einfach so, da kriegst du es einfach. Aber ich finde, mit Bearbeitung hört sich es gut an. Kann man es lassen. Ja. Kann man es lassen. Alter, wieso schaffe ich das hier nicht? Das gibt es ja gar nicht. Das ist richtig schwer gerade. Ist es extrem, oder? Ich glaube. Mein Herz wird weitergehen. Wie heißt das nochmal? Rock you like a hurricane von den Scorpions. Ich sag immer, will I am, obwohl eigentlich hier I am heißt, ne? Ja. Ist halt Standard. Bei mir ist alles Standard. Ist halt Standard. Genau. Mein Standardspruch. Ich habe mal ein Standard. Ein Standard ist halt Standardspruch. Genau. Ja, der Spruch ist halt Standard. Genau. Da hat er gelitten. An der Tür gelitten, sagt man ja in Bayern. An der Tür. Also Leuten. Geläute. Aber hier sagt man gelitten. Ja. An der Tür gelitten. Gelitten. Das Wort, ja, so lange kenne ich das noch gar nicht. Vielleicht seit einem Jahr oder so. Ich sag zwei oder so. Ja. Aber Opfer kenne ich schon lange, Alter. Das ist ja auch so hochgradig, äh, Zeug von Homie-Kuh, wenn man Opfer sagt. Opfer. Lauch. Hey Opfer. Hey du Opfer, Alter. Was? Hey du Hurensohn. Du Lauch, Alter. Du Hurensohn. Richtig ein Lauch, Alter. Oh nein. Was? Ich sagte, oh nein. Oh mein Gott, ich komme hier nicht hoch. Oh mein fucking Gott. Mein Name ist PewDiePie. Und der macht The Last of Us. Let's play. Willkommen zu The Last of Us. Heute werden wir... Hast du es gesehen? Nope. Nope. Du bist eins. Da bist du. Da musst du sich ein bisschen nach hinten lehnen und dann langsam nur leicht drücken. Aber bringt jetzt eh nichts mehr. Genau hat er gelitten. So gesehen. So gesehen. So gesehen. Leg. So gesehen hat gelitten. An der Tür. Daau. Daau. Ich hätte mir gleich ein Eis mitnehmen sollen. Hättest du jetzt essen können. Ich hab hier auch noch Eis im Kühlschrank. Wo ich noch essen. Gibst du mir rüber. Ja. Durchs Herzen. So. Afferno 3 ist eine der schwersten Maps im ganzen Spiel. Im Single-Player. Deine Verbindung hat nur einen Strich. Rot. Ah. Das ist schön. Ja. Finde ich auch. Alter. Die hasse ich. Wieso machen wir die? Sag mir mal wer das schafft. Ich? Ich hab die mit 20 Fehlern oder so. Ist klar. Ist wahr. Ich kann die Wiederholung gleich machen und dann kannst du dir meinen Part anschauen. Ja. Aber ich krieg das überhaupt nicht hin. Weil das einfach richtig schwierig ist. Ja. Mit Tastatur wird es im Schaft war so ziemlich. Aber auch mit Controller krieg ich es nicht hin. Weil ich einfach. Ja. Das ist einfach zu schnell. Du hast halt nicht die Übung. Ja. Ich weiß nicht wie man richtig springen muss und so. Dass man da. Naja. Dass man es da schafft. Ich probiere es halt einfach. Und das ist leider falsch. Ich krieg es halt nie hin. Die Map war ich richtig gesuchtet. Sonst hätte ich auch nicht die 20 Fehler nur so geschafft. Also du hast schon mit einem. Also hast schon bis zum Ziel geschafft. Oder wie. Ja. Alter. Ich kann es danach. Erinnere mich dann. Zeige ich es. Dann siehst du es jetzt zwar nicht. Aber in der Aufnahme kannst du es dann sehen. Okay. Was ist eigentlich die schwerste Map? Das hier dürfte eine. Neben der Frag dürfte es die schwerste sein. Aber natürlich. Es gibt natürlich bestimmt schwere. Die die User erstellt haben. Genau. Aber das ist so eine der schwersten von den Standard. Ist halt Standard. Ja. Kennst du eigentlich Case King? Ja habe ich gehört. Bei uns ist nichts Standard. Sagen die immer. Case King die machen gute Reviews und so. Von den Sachen. Was die so verkaufen. Finde ich gut. Aber die laden immer nur alle drei Wochen oder so ein Video hoch. Alle drei Wochen? Ja. Alter. Das kriegst du nicht hin. Und vor allem ist da kein Checkpoint da vorne. Did it. Did it. Nein. Did it. Did it. Did it. Did it. Did it. Ah. Gleich noch lecker Eis essen. Kennst du Haken Dash oder wie man das ausspricht? Ja. Alter. 5 Euro für so einen kleinen Pottich, ne? Alter. Übertrieben, ey. Würde ich nie kaufen. Ja. Das von Aldi, was ich geholt habe, das kostet 2 Euro. Für 400 Milliliter. Ist auch recht teuer, aber schmeckt richtig geil. Mit Karamellstücken und so und Nüssen. Hm, Nüsse. Nüsse. Hm. Ich weiß, was ich nicht mag. Dingsnüsse. Nein, wie heißen die? Walnüsse. Ja, die sind da drin. Die mag ich überhaupt nicht. Kennst du, ähm, gebrannte Mandeln? Hä? Hä? Ich weiß, warum du dir gerade so einen Ablachst, weil, ähm, weil du ein Paar zu genannt hast, ne? Ja. Na, ich frag halt so weit. Die schmecken voll geil und so. Ja, ich würde ja nicht mal ein Paar zu bezahlen. Die gibt es aber immer auf dem Oktoberfest. Auf der Wiesn gibt es die. Ähm, Dings, weiß ich noch letztes Mal, ähm, du fragst, so hast du deine Mandeln noch näher und dann bist du so, ja, ähm. Sag mal, ob ich auf dem Paar zu benannt? Ja, voll witzig, Alter. Aber es ist sauschwer. Es ist so schwer, die Trials Parts zu betiteln, weil man kann ja nicht nach den Sachen im Spiel betiteln. Ja, eben. Man muss sich immer anhören, ja, was labern wir jetzt, muss ich mir einen Teil vom Parts anschauen. Äh. Ja, ich mach einfach meistens ohne Titel, kein Bock immer. Bei Mafia mach ich, mach ich meistens einen Titel, weil es da einfach easy ist. Ja, warum packe ich die Scheiße jetzt nicht mehr? Alter, ey. Alter, 64 Fehler, das ist doch ein... Keiner von meinen Abonnenten hat irgendwie Trials Evolution, ich versteh's nicht. Das ist doch richtig geil, das Spiel, ey. Ja, ich würd das gerne mal mit Abonnenten zocken und würd sie dann auch gerne mit einlassen. Ja. Aber wenn's keiner hat, tja. Die meisten haben eh nur Call of Duty und so. Ja. Soll mal dazu sagen. Ich zock's zwar auch ab und zu gerne, aber ja, mich kotzt das nach der Zeit an. Immer. Da hab ich dann keinen Bock mehr drauf. Die ganze Zeit hab ich immer gekillt und so. Ist ja auch immer dasselbe. Und die scheiß Camper und alles. Das ist ja immer dasselbe, Call of Duty. Ja, und die Hacker, das riecht halt einfach auf. Ja klar, hier machst du aber auch immer dasselbe, außer du hast halt andere Maps. Ja genau, es gibt halt immer neue Maps, bei Call of Duty ist es immer dasselbe. Ne, da gibt's ja auch andere Maps. Ja, aber keine... Es gibt ja nur eine ganze Anzahl. Klar, da ballert man halt immer ein Call of Duty. Siehste, es ist doch... Also Leute, die dann irgendwie nur Call of Duty spielen, ich weiß, ich würd da auslassen. Ich kann doch nicht... Es ist so eintönig. Ich hab's grad fast geschafft, Alter. Warum pack ich jetzt eigentlich die Stelle hier nicht? Die hab ich letztes Mal ohne Probleme direkt geschafft. Ja, weiß ich nicht, Digga. Digga, Digga. 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 Was geht denn grad mit mir? Ich leite grad so schlecht, ich bin jetzt gleich die Wiederholung, dann seht ihr wie gut ich eich bin. Eigentlich, nicht eich. Eigentlich. Richtig. 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 Ach, leck mich doch. Richtig. Richtig. Da fisch. Da fisch. Was meinst du damit eigentlich, der Fisch oder was? Ja, das ist der Spitzname eines Mannes, den ich kenne. Ach so. Hab ich doch zuerst erzählt. Stimmt. War das vor der Aufnahme, wo du's erzählt hast? Ja. Okay. Das war die Runde, wo die wir vorm Aufnehmen gezockt haben. Mhm. Damit du ein bisschen in die Controller-Störung reinkommst. Ja. Ich, äh, hab's schnell gecheckt, aber ich krieg's dir trotzdem nicht hin. Aber ich bin schon besser geworden als früher, find ich. Wobei, teilweise mit PC bin ich dann doch besser bei Archipel oder so. Egal. Nein, man kann doch gar nicht mit Dings besser sein. Doch. Ist überhaupt nicht, äh, möglich. Am Ende ist es nur Zufall. Hab ich's halt nicht richtig gemacht oder so. Bei Controller. Egal, lass mal abbrechen. Du hast's. Haha. Lass mal abbrechen, im Ziel sei. Ach, du bist doch ganz am Anfang. Ja klar, ich schaff's einfach nicht. Ach, du freist. Wie viel Fehler hast du? 165. 166. So, ich schau jetzt, wie viele Fehler ich hab und dann, äh, dann kannst du's in der Aufnahme sehen, wie gesagt. Ja. Hä? Ah, nee, machen wir die Runde noch fertig, weil sogar der S2 von 6. und dann zeig ich's dir. Ja. Also zeig ich's dem Zuschauer und du kannst es ändern. Ja, aber ich sag's nochmal. So, Aufstieg und Fall. Für nix. Siehst du 50er? Jo. Ich auch. High five. Ne, low five. Haha, mit den Füßen. High five. Von GameStar. Guckst du dir das ab und zu an? Nö. Ich weiß nicht wieso, aber mach ich nicht. Ich nur ab und zu. Hast du abonniert? Ja. Okay. Ich hab viele abonniert, die ich gar nicht gucke. Dann will ich immer de-abonnieren. Kein Bock. Genau, das ist dasselbe. Guck, ich beschwere mich darüber, wenn Leute mich abonnieren, aber mich nicht schauen, weißt du? Und du machst das selber. Eben. Das ist's ja. Aber passiert halt. Und vor allem siehst du ja dann durch, von den kleineren oder so, siehst du ja dann gar nicht mehr, weil es von den Großen sozusagen überschwemmt wird, die Apokop. Ja. Das ist ja. Das ist ja.